Ooooooooooooooooooooh Ooooooooh Holy shit, man Hey Gamerina, sie bis der Marc Der Beymäck Euer Boy Für die guten Games Oh mein Gott Oh mein Gott Wochenende Für mich Das ist Donnerstag Macht aber nichts Vielleicht upload ich das Video erst am Freitag Und ja, geht's doch gut. Ich hoffe, es geht noch gut. Carried Away ist das Spiel, das wir spielen. Ich habe schon etwa zwei Bier getrunken, vielleicht wird das Video etwas besser. Grosse News, für das man jetzt neu von YouTube Geld bekommt, muss man irgendwie 1'000 Abonnenten haben und irgendwie 4'000 Views pro Monat. Ja, gute Nacht. Also ich werde wahrscheinlich bald nicht mehr YouTube Partner sein. Ob das jetzt gescheit ist in der Schweiz, das ist fraglich. Für solche Leute wie nein, aber auf der anderen Seite habe ich letztendlich 14'000 bekommen. So, wir spielen Riders Rewind. 14'000, Mann. Okay. Ich weiß nicht, das muss ich auch irgendwie schon anzubauen. Ja, hier. So. So. Schau, ob das etwas wird. So. Oh Gott. Das gut kommt. Das ist nicht alles fraglich. Nein, das muss ich löschen. Ah, f*** dich doch. Ähm. Komm mal, mach mal so. So. Ich habe mir schätzt, dass es nicht gut kommt, aber es ist okay. Ähm. Ich habe hier noch so eine... Ich weiss gar nicht, wie viel Stutze das ich habe. Bis jetzt reicht es noch. Vielleicht bringt das auch etwas. So. So. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Kommt das gut? Mmh. Gefraglich. Ich habe auf jeden Fall YouTube. Ja. Und dann ist eh viel zu teuer. Siehst du das? Das geht nicht. Wir müssen das alles löschen da hier. Gut. Vielleicht kann ich jetzt wenigstens so irgendwie... Ich weiß nicht, ob das gut kommt. Ja, noch ein Stutz. Ja. Aber schau, das reicht doch nicht. Das ist doch ein Scheiss. Dann machen wir es halt so. Es sieht verdammt professionell aus. So. Oh yeah. Du Boi. Es ist um zwei. Oder ich kann ein Loch einstehen. Mal schauen, wie der fliegt. Hihihihi. Super hochkarätig. Okay, warte. Eine andere Idee. Was wäre, wenn wir einfach... Hier würde er nur gehen. So. Yeah. Hauptsache geile Musik. Du du du. Du du du. Du du du. Du du du. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie viel das ich kosten kann. Aber auch... Komm jetzt. Ich bin eins. Ich bin eins zu dir. Ja. Ich bin eins zu dir. Ich bin eins zu dir. Ich bin eins zu dir. Lug auf das Set. Sehr strong. Ah, das ist ein Teber. Ach komm, genau. Aber es hat ja nichts gesehen. So eine Scheisse. Ah, es muss nachdem funktionieren. Jetzt schauen ich mal, wo der herfliegt. Holy Shit, man. Aus dem nichts, so schaut nicht das noch einmal an. Perfekt. Das ist wieder Simon Ammann. Das ist ja eine Legende. Holy Shit. Ja, nehmen wir. Wir machen noch einen. Jetzt muss ich wieder Skilift-Züge machen. Okay. So und irgendwie. So. Jetzt müssen sie hier ... ... ... ... ... ... ... ... ... So. Schau jetzt mal. Was hat der? Oh shit. Schau jetzt. Hä? 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 Uiiiuiuiuiuiuiuiuiuiiuiuiuiui. Das kommt gut! Das kommt gut! knüpft! Oh nein, scheisse! Das Das ist nicht gut, aber das ist ja kein Problem. Wir müssen ja modern bekommen. So, jetzt mal einfach so. Jetzt müsste das theoretisch ein bisschen ausgleichen. Theoretisch, hm? Uh, 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 uh. Uh, fuck you, man. Okay. Dann müssen wir das noch so fixieren. Ah, warte. Mehr kann ich gar nicht. So wird es einfach. Vielleicht hilft es. Was ist das Problem? 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 Kommt es jetzt gut? Alles geschafft? Yeah! Hey, verdammt geil! Schau, die Goldmedaille! So schön, hm? Wow, das ist alles Carried away Alles habe ich geschafft Wow, hm? Oh mein Gott, es muss für heute länger Ich habe zu viel getrunken, aber es macht nichts Es muss doch so sein Weisst du, wenn man am Wochenende hat Denkst du an das Bier? Da ist Carried away gewesen Ich war der Marc, der B-Mac, der hat zu schlafen Äh, Subscriben, dieses Zeugs Ja, Internet immer gut Youtube immer wichtig Und auch Feedback immer gerne unten Ich finde es super geil, wie ihr immer unter anderem Zeug herschreibt Da habe ich super Freude Und vor allem habe ich auch Freude Dann habe ich noch geschrieben, hey, spiel oder spiel das Via Chat hat einer geschrieben, das wird irgendjemand spielen Es ist echt so ein bisschen komisch auf Schweizerdeutsch Dass sie halt alles so du zwar Englisch nur Aber ich habe keinen Spiegel, das ist no problem Ich habe keinen Sinn, ähm Fuck you, you fucking fuck No problem Auch Webcam könnte ich anlassen Weiss nicht, ob ihr meine Fresse will sehen Ähm, ist nichts Schönes Aber würde ich für euch machen Einfach Schnabit sage ich nicht Für euch, der Marc, der B-Mac Geniesst es obacht Off und mehr Spiele Bis zum nächsten Mal.